In diesem Lehrvideo zeige ich Ihnen, wie Sie die Massen von Calcium und Magnesium mit einer Titration bestimmen können. Dazu erhalten Sie einen Kolben, in dem Calcium und Magnesiumchlorid gelöst sind. Ihre Aufgabe ist es, die Masse in Milligramm von Calcium und von Magnesium zu berechnen. Zuerst zeige ich Ihnen die theoretischen Grundlagen. Danach werde ich den Versuch vormachen. Zuerst wird Calcium titriert. Damit Magnesium nicht stört, wird es zu Beginn als Hydroxid gefällt. Wir gehen jetzt also davon aus, dass wir nur noch Calcium in unserem Kolben haben. Zur Calciumbestimmung nutzen wir den Indikator Kalkoncarbonsäure. Kalkoncarbonsäure ist normalerweise hellblau. Wenn Calcium-Ionen in der Nähe sind, dann wird sie rosa. Dieser rosane Komplex ist aber nicht besonders stabil. Wenn nun EDTA hinzugegeben wird, dann wird das Calcium bevorzugt mit dem EDTA reagieren. EDTA ist nämlich ein 6-jähriger Ligant und bildet daher sehr stabile Komplexe. Der EDTA-Komplex ist übrigens farblos und behindert daher den Versuch nicht. Es wird nun so lange EDTA hinzugegeben, bis sich die Lösung wieder hellblau färbt. Sobald das passiert, ist das gesamte Calcium mit EDTA gebunden. Da immer ein Calcium mit einem EDTA reagiert hat, sind deren Stoffmengen gleich. Diese Informationen brauchen wir später bei der Auswertung. Als nächstes betrachten wir die Grundlagen der Magnesiumtitration. Dazu muss erstmal die Kalkoncarbonsäure zerstört werden und das Magnesium muss wieder in Lösung gebracht werden. Wie das aber funktioniert, zeige ich Ihnen während der Durchführung. Wir nehmen jetzt jedenfalls an, dass das Calcium komplett gebunden ist und dass das Magnesium in der Lösung ist. Wir betrachten nun den Indikator für diese Titration. Iriochrom-Schwarz-T wechselt abhängig vom pH-Wert seine Farbe. Zwischen den pH-Werten 6,3 und 11,5 ist es blau. Während dieser Phase kann es Komplexe mit zweiwertigen Metallkationen bilden. Dazu zählt zum Beispiel Magnesium. Auch Calcium ist ein zweiwertiges Metallkation. Da Calcium aber schon mit EDTA gebunden ist, spielt es hier keine Rolle. Außerdem benötigen wir noch den Indikator Methylorange. Da die Titration ungefähr bei pH 10 stattfinden wird, ist Methylorange bei diesem Versuch gelb. Da während dem Versuch keine pH-Änderung erfolgt, wird es auch auf jeden Fall gelb bleiben. Bei diesem Versuch wird Methylorange als Kontrastmittel benutzt. Zusammen mit dem blauen Farbton von Iriochrom-Schwarz-T wird ein grau-grüner Farbton erzeugt. Dieser Farbton ist genau dann sichtbar, wenn kein Magnesium anwesend ist. Zusammen mit Magnesium bildet Iriochrom-Schwarz-T allerdings einen roten Komplex. Da vor der Titration Magnesium da ist, ist der Inhalt des Erlenmeierkolbens vor der Titration rot. Während der Titration wird EDTA hinzugegeben. EDTA bildet auch mit Magnesium einen wesentlich stabileren Komplex. Sobald die Stoffmengen von EDTA und Magnesium gleich sind, wird alles grün-grau aussehen, da es kein Komplex zwischen Magnesium und Iriochrom-Schwarz-T mehr gibt. Der Verbrauch von EDTA wird aufgeschrieben. Da je ein Magnesium mit einem EDTA reagiert ist, sind deren Stoffmengen gleich. Als erstes titrieren wir Kalzium. Wir beginnen dazu mit der allgemeinen Vorbereitung. Dazu wird die Burette mit einer EDTA-Maßlösung gefüllt. Der Maßkolben wird mit destilliertem Wasser auf 100 Milliliter aufgefüllt und davon werden nach einer guten Durchmischung 20 Milliliter in unseren Titrationskolben umgefüllt. Jeder dieser Schritte wird in einem anderen Video ausführlich erklärt. Nun werden 2 Milliliter von der 30%igen Natronlauge in den Titrationskolben gefüllt. Dazu kommen drei Tropfen Kalko- und Karbonsäure. Da der pH nun deutlich alkalisch ist, fällt das gesamte Magnesium als Magnesiumhydroxid aus. Um dies zu beschleunigen, sollte nun ganz kräftig gerührt werden. Falls Sie keinen Magnetrührer haben, sollten Sie den Kolben mit der Hand schwenken. Nun wird die genau bis zu Null befüllte Burette in unseren Erlenmeyerkolben hineingehalten. Damit Sie sehen, wie die Burette funktioniert, wurde diese noch einmal mit einer blauen Flüssigkeit befüllt und unabhängig vom Versuch gefilmt. Die EDTA-Lösung, mit der Sie titrieren, ist farblos. Nun wird so lange titriert, bis der gesamte rosa-violette Farbton verschwindet und alles blau aussieht. Der Farbumschlag von violett nach blau ist in der Realität gar nicht so leicht zu erkennen. Deshalb sollten Sie sich für den Versuch Zeit nehmen und langsam titrieren. Eine gute Taktik besteht darin, nur wenige Tropfen auf einmal hinzuzugeben und dann kräftig umzurühren. Wenn Sie dann keinen Farbumschlag sehen, können Sie ja immer noch mehr hinzugeben. Das einzige Problem bei der Titration entsteht erst dann, wenn zu viel hinzugegeben wurde. Ich habe jetzt nur so schnell titriert, damit das Video nicht endlos lang wird. Wenn man ein bisschen Erfahrung hat, kann man generell auch immer etwas schneller titrieren. In der Realität hat sich jetzt ein leicht violetter Farbton zurückgebildet, den die Kamera leider nicht so gut erwischt hat. Auf jeden Fall werden jetzt noch ein paar Tropfen hinzugegeben, damit das neu entstandene Violett wieder verschwindet. Solange es einen violetten Farbton gibt, bedeutet das, dass noch Kalzium anwesend ist. Nach der letzten Zugabe von EDTA muss immer eine Minute lang gewartet werden. Wenn sich nach dieser Zeit kein violetter Farbton mehr zurückbildet, dann ist die Titration fertig. Weil jetzt nichts mehr passiert, überspringen wir die Wartezeit und gehen direkt zur Auswertung über. Nun wird von der Burette abgelesen, wie viel Maßlösung verbraucht wurde. Auf der linken Seite sehen wir, dass 15,3 Milliliter verbraucht wurden. Und rechts wurden 15,2 Milliliter verbraucht? Das kann ja nicht stimmen. Stoppen Sie kurz das Video und denken Sie darüber nach, welcher Fehler gemacht wurde. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Rechts wurde falsch abgelesen, weil die Kamera bzw. das Auge deutlich über der 15,3 Milliliter Marke sind. Deshalb gibt der Schellbachstreifen ein total verzerrtes Bild zurück. Links wurde das Ganze richtig gemacht, weil das Auge ist genau auf der Höhe des Schellbachstreifens. Deshalb ist 15,3 Milliliter unsere richtige Lösung. Wir notieren sie und nutzen sie später bei der Auswertung. Nun wird Magnesium titriert. Damit die Farbe der Kalko- und Carbonsäure nicht stört, wird diese zerstört. Im Abzug wird ein Bunsenbrenner vorbereitet und unser Titrationskolben wird unter Schwenken erwärmt. Es wird nun so lange gewartet, bis er kocht. In der Zwischenzeit können Sie Ihre Burette auffüllen und in einem kleinen Messzylinder 10 Milliliter vom konzentrierten Ammoniak abmessen. Sobald der Inhalt im Titrationskolben kocht, geben wir tropfenweise Wasserstoffperoxid hinzu. Wasserstoffperoxid ist gefährlich für die Haut. Wenn Sie etwas auf Ihre Finger spritzen, bildet sich ein weißer Fleck und die Haut darunter stirbt ab. Es wird nun so lange gekocht, bis der Inhalt möglichst weiß oder farblos ist. Die Lösung muss aber nicht ganz vollständig entfärbt werden. Es geht nur darum, dass der Farbton der Kalko- und Carbonsäure nicht den Farbton der anderen Indikatoren überdeckt. Wenn sich in Ihrem Gemisch Schaum bildet, schalten Sie sofort den Bunsenbrenner aus. Schieben Sie dann den Dreifuß möglichst weit in den Abzug hinein, damit falls es spritzt, nichts auf sie spritzt, sondern alles im Abzug bleibt. Wir warten nun darauf, dass der Schaum im Erlenmeierkolben wieder verschwindet. Dabei sollte der Erlenmeierkolben mit einer Tiegelzange geschwenkt werden. Sobald der Schaum weg ist, wird weitergekocht. Es kann auch sinnvoll sein, noch etwas Wasserstoffperoxid hinzuzugeben. Wenn der blaue Farbton weg ist, dann wird der Erlenmeierkolben erstmal zum Abkühlen an die Seite gestellt. Sobald er abgekühlt ist, werden 2 ml von der konzentrierten Salzsäure hinzugegeben. Durch den niedrigeren pH-Wert geht das Magnesiumhydroxid wieder zurück in die Lösung. Als nächstes wird etwa eine Spatelspitze von der Eriochrom-Schwarz-T-Verreibung hinzugegeben. Diese wurde im Vorfeld hergestellt, indem ein Teil Eriochrom-Schwarz-T mit 99 Anteilen Natriumchlorid vermischt wurden. Das Ammoniak aus dem Messzylinder wird hinzugegeben und etwa eine Spatelspitze Ammoniumchlorid wird hinzugegeben. Zusammen bilden sie ein Puffersystem, welches den pH auf ungefähr 10 einstellt. Zum Abschluss werden noch 2 Tropfen Methylorange hinzugegeben. Als nächstes wird unsere Bürette aufgebaut. Wie auch beim letzten Video wurde die Titration noch einmal mit einer blauen Lösung nachgestellt. Jetzt wird ganz langsam titriert. Der Umschlagspunkt ist erreicht, sobald alles grau-grün aussieht. Weil noch alles rot ist, ist er noch lange nicht erreicht. Bei dieser Titration ist es besonders wichtig, kräftig umzurühren. Falls Sie keinen Magnetrührer haben, sollten Sie Ihren Kolben die ganze Zeit überschwenken. Der erste relevante Umschlagspunkt wird in etwa 20 Sekunden sein. Und weil es jetzt gerade nichts anderes Fachliches gibt, erzähle ich Ihnen noch kurz etwas über die Büretten. Von den Materialien, die Sie von uns erhalten, ist die Bürette die teuerste. Sie kostet 50 Euro. Deshalb sollten Sie damit besonders vorsichtig sein und Sie auf gar keinen Fall zerstören. Im letzten Praktikum ist es leider jemandem passiert. Er hat sehr kräftig am Hahn gezogen und dieser ist dann abgebrochen. Jetzt konnte man einen kräftigen Umschlag nach grün erkennen und rot war für einen Moment vollständig weg. Das ist genau der Zustand, den wir erreichen wollen. Es wird nun weiterhin langsam und tropfenweise titriert. Das Ziel ist erreicht, sobald kein Rot mehr da ist und nur noch grün da ist. Und das muss dann auch noch mindestens 5 Minuten lang so bleiben. Lassen Sie sich also ruhig sehr viel Zeit mit der Titration. Für alle 3 Titrationen ist im Praktikum ein ganzer Tag eingeplant. Für das Video wird jetzt die letzte Zugabe gemacht. In der Realität ging dieses Video noch etwa 10 Minuten länger. Allerdings sollte jetzt eigentlich klar sein, wie die Titration funktioniert. Wir lesen nun den Verbrauch von der Burette ab und notieren 29,4 Milliliter in unserem Heft. Diesen Wert brauchen wir gleich bei der Auswertung. Nachdem wir den Versuch insgesamt dreimal durchgeführt haben, machen wir nun die Auswertung. Während dem Versuch haben wir das Volumen der verbrauchten EDTA-Lösung herausgefunden. Es war 15,3 Milliliter. Das Ziel besteht darin, die Masse in Milligramm von Kalzium zu bestimmen. Im Praktikum werden Sie den Versuch insgesamt dreimal durchführen. Dann werden Sie von Ihrem Verbrauch den Mittelwert berechnen. Wir nehmen jetzt einfach mal 15,3 Milliliter als Mittelwert an. Generell ist es meist eine gute Idee, Einheiten direkt in SI-Einheiten umzurechnen. Hier wären es dann 0,0153 Liter. Daraus können wir jetzt als nächstes die Stoffmenge von EDTA berechnen. Wir wissen ja bereits, was die Konzentration von EDTA ist und das können wir dann einfach multiplizieren. 0,05 Mol pro Liter mal unseren Verbrauch 0,00153 Liter. Das geben wir dann einmal in den Taschenrechner ein. Also 0,05 mal 0,0153. Und dann bekommen wir insgesamt raus, dass 0,000765 Mol unsere Stoffmenge von Kalzium ist. In den theoretischen Grundlagen haben wir ja bereits herausgefunden, dass die Stoffmenge von Kalzium und die Stoffmenge von EDTA gleich sind. Als nächstes möchten wir die Masse von Kalzium herausfinden. Dazu nehmen wir dann die molare Masse von Kalzium. Diese können wir einfach aus dem Periodensystem herausfinden. Ja und dann Masse ist ja einfach das gleiche wie molare Masse mal Stoffmenge. Das Ganze können wir jetzt dann in den Taschenrechner eingeben. Die ist 0,000765 mal 40,08. Da kommt dann raus 0,0306612 Gramm. Da wir bei jeder Titration insgesamt nur 20 Milliliter genommen haben und nicht 100 Milliliter, die im ganzen Kolben drin sind, müssen wir das Ganze noch mit 5 multiplizieren. Das wäre dann einmal mal 5. Dann kommt insgesamt raus 0,153306 Gramm. Und weil gefordert ist, dass wir das Ganze in Milligramm abgeben, rechnen wir es nochmal in Milligramm um. 153,306 Milligramm. Gleich Masse von Kalzium. Als nächstes würden wir das gleiche auch noch für Magnesium machen. Weil es aber eigentlich exakt das gleiche ist, außer dass die molare Masse etwas anders ist, gehe ich darauf nicht mehr speziell ein. Zum Abschluss möchte ich aber gerne noch kurz was zur Entsorgung sagen. Das Wasserstoffperoxid muss nämlich auf jeden Fall noch mit Natriumthiosulfat oder Kaliumiodid oder einem anderen Reduktionsmittel zerstört werden. Das Wasserstoffperoxid ist nämlich ein starkes Oxidationsmittel und es kann turbulente Reaktionen mit Schwermetallkationen verursachen. Eventuell ist auch noch etwas Maßlösung von der Kupferiodometrie übrig. Diese kann auch benutzt werden. Am besten ist aber festes Natriumthiosulfat geeignet. Falls bei Ihnen im Praktikum das Kochen mit dem Peroxid nicht klappen sollte, gibt es noch eine Variation des Versuchs. Sie können auch Kalzium und Magnesium zusammentitrieren, weil beide mit Eriotee diesen Komplex bilden. Das wäre eine Option für Ihre dritte Titration, falls Sie Kalzium schon eindeutig bestimmen konnten, aber die Magnesiumtitration nicht funktioniert hat. Dann können Sie von der gesamten Stoffmenge einfach die Stoffmenge von Kalzium abziehen und erhalten die Stoffmenge von Magnesium. Das wird so auch in der Mineralwasseranalytik gemacht. Dort können Sie allerdings auch einen ganzen Kasten titrieren und nicht nur 100 Milliliter.